So, da bin ich wieder für euch und weiter geht's und dann werden wir jetzt mal zurück oder auf jeden Fall uns auf den Weg machen und gucken, dass wir hier noch viel Kämpfe haben. Oderatz, genau, jetzt sind wir wieder in den ländlichen Wäldern, Entschuldigung, Oderatz und viel Kämpfe, viel finden, ja, vielleicht mache ich auch zwischendurch den Cut und reiß dahin, aber das wäre auch wieder blöd, aber warum auch nicht. Klar, ich hätte jetzt hier wieder durchlaufen können und ich sage, es ist immer zu sagen, ja, abbrechen, das ist immer so eine Sache. Nein, dann kommen wir hier wieder zurück. So, oh, da sehe ich schon Feinde. Das ist immer gut, Feinde sind immer gut. Ja. Feinde sind gut, gibt die P. Da, guck mal, booger, booger. Aua. Ja. Also, das ist nicht ganz so prickelnd, was ich da jetzt habe. Warte, nee, müssen wir mal gucken, warte, Inventar. Nee, Waffe, Sekundärwaffe. Blitz, das ist nicht so prickelnd, sieben Körperschaden, 27, warte mal, warte mal hier, 30, nehmen wir die. Oder? Komm, wir nehmen die nochmal. So, jetzt muss ich aber mal was hier gucken. Einfacher Stahlvorhang, Hartpanzer, Mana-Trank, Erfahrungsverstärker. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange man die, wie lange die wirken. Hm. Das ist das kleine Problem. Glutaugen. Ja. Komm, wir werden mal... Irgendwo... Oh, da sehe ich schon wieder... Irgendwo... Oh. Aua, jei, 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 jei. Ja, da Zwiebel, ne? Also, Eis ist gegen die, echt gut. Ja. Richtig gut. Oh, guck mal, das ist... Das ist... Edelstahl, Chakram. So, hier haben wir noch mehr. Aber ich hab doch da... Halt, ich hab doch da gerade eine Kiste gesehen, oder hab ich... Oh, da irre ich mich da... Den haben wir auch schon. Oh. Die hat da irgendwo dran gelutscht und hab ich gar nicht gemerkt. Oh. Und da ist noch eine. Bleibt locker, Mehl. Immer locker bleiben. Primitivisch, Akkrans. Also, wir finden hier schon viel Waffen. Was ist da? Jetzt gehen wir da rein. Ja. Jetzt gehen wir da rein. Auf jeden Fall. Wir gucken mal, was da drin ist. Warte mal, vielleicht haben wir ja sogar eine Quest. Warte mal. Mit Garaner treffen. Höhlen des Kreuzbein betreten. Ist das die? Kann das sein? Nee, die ist halt auf keinen Fall. Nee, die ist ganz woanders. Na, da hinten ist die. Anleitung. Nein, das Lehrling finden. Der ist da unten. Also, das hat hier... ...Aufgabe, letzte Ruhestätte. Vielleicht führt die mich ja auch hier hin. Nee. Also, das ist gar nichts hier. Brücken bauen war das. Genau. Komm, jetzt gehen wir aber mal hier... Gorguat. Wir gehen mal hier... Die sieht aber... Nein, wenn das so... ...das aussieht. Wenn das so drinnen da aussieht. Nicht schlecht. Aha. Ja, ja. Wir gucken uns aber erstmal... Oh, er war erstmal den... Moment. Sind hier Fallen? Na, sauber. Moment. Achso. Nee, das ist dann zu Ende. Ich weiß ja noch nicht mal, als ob ich hier sein darf. Ich bin jetzt einfach hier rein. Keine Reagenz hingefunden. Oh, anscheinend doch. Dreister Staubling. Hä? Ihr habt keine Rolle in der Erzählung der Fallen. Diese Geschichte gehört einem von uns nicht. Irgendeinem Welten, der frisch aus der Wiege gekrochen ist. Zuerst diese seltsame Maid und jetzt das. Was wollt ihr hier in Gorguat? Die Höhle war da und ich... ...es Geschichte oder die Vergangenheit. Jedes Leben erzählt eine Legende. Doch es gibt kein Gestern, ebenso wenig, wie es ein Morgen gibt. Alles geschieht heute. Es ist eine gewaltige, lebendige Erzählung. Unsere Geschichte wird immer weiter gewebt. Selbst eure Anwesenheit hier, so sonderbar sie auch sein mag, ist Teil des sich verändernden Bildes. Ja, nicht schlecht. Und im Fikon? Naja, das fällt mir auch immer zu ein, aber ich lasse es jetzt. Ein Sucher nach Ansehen in der gesamten Welt. Ich habe zahlreiche Balladen für mich beansprucht. Doch keine ist derart bedeutend wie jene, die vom Hof der Zauber gesungen werden. Dies ist mein dritter Versuch, einen Sitz im Haus der Balladen zu erringen. Vielleicht wird es ja in dieser Erzählung wahr. Alle Fein kennen den Geschichtenerzähler. Er ist seit Beginn des ersten Frühlings der Hüter der Erzählung. Es gibt keine größere Ehre, als sich eine denkwürdige Rolle in der Erzählung zu verdienen. Sie bilden die Eckpfeiler unserer gemeinsamen Erlebnisse. Das Haus der Balladen hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die mächtigsten Feienhelden niemals im Dunkel versinken. Dass sie auch in der Gegenwart stets bei uns sind. Gut, ist ja alles in Ordnung. Wenn man vor den Rittern des Hofs der Zauber steht, badet man im Ruhm sämtlicher Feien. Auch wenn wir alle eine Rolle in der großen Erzählung spielen. So sind es doch die Taten einiger weniger legendärer Helden, derer man sich erinnert. Diese Ritter führen das Haus der Balladen an. Hm. Er ist ein bisschen angepisst. Die Bestie und die Gorguard-Höhle arbeiten zusammen. Ah. Der Grabborker kommt aus ihr hervor, um zu töten und zu fressen. Um Nahrung für sich und die Höhle zu sammeln. Wenn er in seinen Bau zurückkehrt, wird der Grabborker von Gorguard umschlungen und in einen warmen, lebendigen Mantel gehüllt, bis sie wieder Hunger bekommen. Aha. Das ist das, die Geschichte. Die seltsame Maid. Erzähl mal. Er hat sich an jeden von uns gewandt, der um einen freien Sitz im Haus der Balladen wetteifert. Manchmal im Wald, manchmal in der Ebene. Und jedes Mal hat sie uns eine Belohnung jenseits unserer Vorstellungskraft angeboten. Alles, was sie im Gegenzug verlangte, war, dass wir das Haus als ihre Spione unterwandern. Natürlich hat niemand ihr Angebot angenommen. Ist das die alte, die wir da im Haus getroffen haben, da bei Arden? Kann das sein? War das das alles? Ja. Genau. Sagrails Legende ist wahrlich dunkel. Und wir könnten jede verfügbare Hilfe brauchen. Gut. Bitte weit. Haltet die Augen offen. Herzranken. Achso, Moment. Jetzt muss ich doch die Quest erstmal... Doch, die ist aktiviert. Da, aber... Weißt du, ich bin das ja immer... Ich will immer... Ich möchte immer... Ah, guck mal. Oh, ja, 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 ja. Nehmen wir erstmal alles mit. Egal. Wir gehen weiter. Ja, ja, das sieht mir so aus, als wenn ich am richtigen Wege wäre. Keine Essenzen gefunden. Reagenz hier. Ne. Ah, hier. Ah, guck dir das an. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ja, ja, ist ja gut. Riecht die auf. Ey, ich komme nicht weiter. Warten daten hier, ey, was ist denn hier los? Uga, uga, uga. Keine Reagenz hingefunden. Oh, 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 ey, wo haben die mich denn hinterlebotiert? Aber ich muss eins machen, eben. Sekundärwaffe. Ich brauche Blitzschaden. Nein, ich brauche Körperschaden. Nein, ich brauche... Nein, ich brauche... Feuerschaden, genau. Oh, 14. Äh, Gegenstände. Einfach ein Tour-Kit. Wo haben wir die? Zwillingseelen, ne? Ja. Ja, ja, warte ab, Kumpel. Aua, da war noch einer. Wow. Halt. Kettenstulpen. Ich muss gleich garantiert wieder irgendwas... Irgendwas muss ich gleich wieder... Äh... Sag schnell. Zerlegen. Irgendwas garantiert. Ja. Ja. 100-Petentig. Ja, ich warte jetzt. Oh, da haben wir noch mehr. Oh, was haben wir denn hier noch alles? Ne. Jetzt gehen wir erst mal hier hin. Das ist die zweite. Drei Stück haben wir, ne? Ja. Oh, Sekunde. So. Äh... Dann gehen wir weiter. Los, komm. Kniegas. Die Freckels stehen schon da. Aber die Wichten... Wow, das... Hämmert aber auch rein. Ja, wer bist du denn? Achso, das ist der Freckel hier. So. Da ist noch was. Kettenpanzer. Ja, logisch. Moment. Da ist noch was. Hm. Nie ein verborgenes Objekt entdeckt. Achso. Aha. Garantiert nicht alles entdeckt hier. Ne. Nie und nimmer. Hm? Wo ist er da? Das ist die dritte. Den Graborka besiegen. Ja, aber wie komme ich da jetzt hin? Oh. Ja, Freunde. So nicht. Nein, nein. So nicht. Ja. Ich glaube, ihr spinnt. Oh. So, da hinten ist noch was. Hey, man hat eine Ständige ist allerhand, ey. Gut, dass ich da... Pass auf euch Aufsterbliche. Ah, ich hab's geahnt. Einfacher Mann, Arena Regeneration. Ja, ich pass ja schon auf mich auf, aber... Du Schwambeutel, du bist... Weiß ich nicht. Genau. Ja. Plunder. Nee. Chakrams. Neue. Neue. Was ist das hier? Heisschaden. Das sind alles keine... Nasenbohrer-Dinger mehr. Nee, absolut nicht mehr. Ketten. Weg. Weg. Ja, wer weiß. Weg. Kettenstulpen. Weg. Das ist nur Block. Ja. Weg. Oh. Block-Effizienz. Nahkampf. Flüsterstiefel. Können auch erstmal weg. Block-Schaden. Vier Macht. So, jetzt werden wir erstmal... Weg. Nein, nicht. Das ist alles... 73, das ist nicht viel. Ach. Jetzt habe ich das wieder aus Plunder. Ja. Manatrank. Ja, die Tränke, das ist mir wichtiger als alles andere. So, jetzt will ich mal eben was gucken. Erfahrungsverstärker. Schlangengift. Okay. Einfacher Stahlvorhang. Hartpanzer. Gut. Naja. Da werden wir mal... Moment. Ne, ne. Da müssen wir nicht her. Wir müssen... Oder? Ne, hier komme ich nie weiter. Was ich hier lang? Ne, von hier bin ich doch gekommen. Wo muss ich denn jetzt her? Bestimmt hier her. Ja, da sind schon wieder Gegner. Also ist das gar nicht mal so verkehrt hier. Ne, da sind schon wieder. Ob da war da auf? Ne. Jetzt weiß ich echt nicht, ob das richtig ist. Aber wir werden es merken. Aber irgendwie scheinen wir in diese Richtung zu kommen. Ja, irgendwie scheint dort richtig zu sein. Irgendwie... Was liegt denn hier oben an? Boah, wie riesig die ist. Ne, hier geht es wieder raus. Ja, und? Ist doch scheißegal. Wir machen sie alle platt hier. Ich glaube, ja. Alle, alle. Ja, die Richtung scheint richtig zu sein. Ja. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Ähm. So. Jetzt haben wir hier Stahlvorhang. Was macht der eigentlich? Scheißegal. Nutzen. Rüstung verbessert. Hartpanzer. Körperresistenz verbessert. Also, Gas hier. So, mein Freund. Jetzt gibt es Backenfutter. Aber so richtig auf die Fresse gibt es hier. Ja. Na, komm. Ah, 75%. Aber hier sind noch mehr. Ah. Wer blitzt denn da? Aua. Geht ihr mal kaputt, ihr scheiß Viecher? So, was haben wir denn hier? Goldminzenzorn und einfache Kriegsstärke. Naja, viel ist das ja nicht, ne? Aber egal. Komm, nehmen wir auch. Ja, da war noch was. Trübe Schutzscherbe. Ja, wir werden hier erstmal alles durchsuchen, nimm mal. Aber so schwierig war das jetzt gar nicht. Ulmenolzepter, Stahlfein klingen. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ah. Ich würde natürlich gerne durch die ganze Höhle hier. Ah, guck mal. Durch Wein und liebliche Gesellschaft vergaß er seinen Kummer und fiel nach langem Liebesspiel in einen ewigen Schlummer. Zumindest weich im Gras er war schließlich kein Dummer. Aha. Was ist das hier? Aha. Siegelring, der war achtet, ist der. Aha. Aha. Am Ende dieser Ballade besiegt Sagrel den Grabborker. Er ist siegreich. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, aber irgendwie hat sich das Lied von Sir Sagrel verändert. Hört nur. Wir sind nicht allein. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh, was ist das denn für einer? Oh. Alter. Oh. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 jehi, ehi, ehi. denn jetzt der kam jetzt ein bisschen edeliger maschen auch noch gut aber jetzt gehen wir hier erst mal weiter um da sehe ich noch gegner da sehe ich noch kisten ich bin zu voll hier hingegangen die kann ich immer noch nehmen da fällt aber wer ist das denn nein einmal freund so nicht ihr auch nicht ihr seid wo man es auch mal so hier ist einfach nur ein raum mit pflanzen wo ich nichts gefunden habe ja gut und dann mal hier noch mal klar und habe ich denn stulten der eisabwehr inventar stulten der eisabwehr kettenhelm 28 weg kamaschen weg auch weg noch mehr weg ulmenholz ulmenholz weg so nee nein nein doch komm zerstören ja auf jeden fall so und ich halte mir erstmal gegenstände was haben wir denn da gekriegt ja ich muss ja alles gucken jetzt hier freunde kann ja nicht sein dass hier so gut zu lesen ist schon mal nichts schadensabwehr gut accessoires haben wir was neues genau fünf prozent schaden anziehen so na sauber halt kommen nehmen wir die auch noch sehr gut wo gehen wir denn jetzt hin hier geht es nicht das heißt wir werden wir dann durch die höhe stolpern müssen halt ne dich habe ich schon waren wir hier schon drin ne nein auf keinen fall aus seinem schlaf erwacht der held durch lautes brüllen wildes gränen denn plötzlich war ein algerfeind der grabborka erschienen der maid von windemeer zu dienen die hauen wir hier ganz schön aufs maul die hauen wir haben wir erst mal stufenaufstich kommt rein der den marken das machen wir natürlich zusammen drei komponenten so jetzt wollen wir erst mal weiter gucken du kannst tränke mit drei reagent erhöht die chance reagent erfolgreich zu ernten ja das ist richtig so aber jetzt werden wir erst mal handeln du erhältst bessere preise wenn du bei händlern etwas kaufst oder verkaufst das ist nicht schlecht bestätigen wir das so 13 zauberkraft aber ich muss aber auch mal machen ähm ähm mit raffinesse damit ich andere sachen auch raffinesse das setze ich viel zu wenig ein die sachen was ist das hier ach so ach die kann ich auch zurücksetzen mhm mhm hm mhm 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 So, mach mal Macht 4. Da können wir einiges andere anziehen. Wie viel brauche ich denn hierfür noch? 20. Na klar, 5 Punkte. Da habe ich jetzt 4. Was ist das denn? Ah! Weißt du was? Komm. Machen wir das so? Was ist das denn hier alles? Deine Robustheit ermöglicht dir nahezu alles zu überleben, wenn du Schwertwunden bist. Oh! Ja. Lassen wir doch. Nein, wir bleiben Sucher. Auf jeden Fall. Na super. Gut. Äh, nein. Da haben wir noch Feinde. Aua, ja, ja. Oh, 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 oh. Freunde, mach mal immer locker bleiben. Und dann aus dem Handgelenk raus. Ja, hier zum Acker machen gilt nicht. Heilt der sich, oder wird? Nee. Kriegsruhm, drüben Scherben. Äh, 62 Gold. Lässt sich doch an, würde ich sagen. Na, prima. Ja, irgendwo muss ich ja hin. Was ist da? Nee, gar nichts. Nee, da war ich ja gerade. Aber hier ist nix. Ah. Da kommen wir irgendwie in die richtige Richtung. Ja. Sieht so aus. Halt. Hier ist doch nix. Was ist da? Nee, hier ist nix. Das ist gar nix. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ganz so sollte ich da nicht machen. Na, sauber. Ist das jetzt auch alles hier? Nee, das hab ich, das hab ich. Da war ich. Also, wir müssen wieder raus hier. Und... ...dann passt das. Noch mehr. Alter, bocker, bocker, bocker. Ja, der macht ganz schön schaden, das Zeug. Ja, ha, 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 ha. So einfach ist das nicht, Kumpels. Nee. Moment, aber hier waren wir doch gar nicht überall. Nee, auf keinen Fall. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Jetzt, hier war ich zwar... Wo geht das hier hin? Kommen wir jetzt hier wieder zurück? Jo, Moment. Das sehe ich sofort, wenn ich... Ja, hier waren wir. Auf jeden Fall waren wir hier. Moment, da sind schon wieder Feinde? Oder war ich hier noch nicht? Nein. Das ist da unten. Kann ich hier runterspringen? Nee. Ja, sorry, wenn ich mich jetzt hier verlaufe. Also, das ist jetzt... Aber ich entferne mich jetzt wieder, ne? Ja, ich entferne mich. Nein, ach so, doch, 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 komm. Wir gehen wieder zurück. Ja. Ja, jetzt passiert wieder. Halt. Hier waren wir auch schon dran. Was ist da unten? Da hinten blinkt auch noch was. Knete. Aha, hier. Oh Mann, die Höhle ist größer als gedacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hier waren wir auch. Also, hier kommen wir raus. Naja, gut. Komm. Gehen wir jetzt raus. Oder hat... Wer weiß, was uns jetzt erwartet. Aber ich sehe schon... Freunde der Südsee. Ja. Aber was soll's. In dem Moment, wo ich auf die Uhr geguckt habe, bin ich schon durchgegangen. Ja, ernsthaft. Auch nicht schlecht. Na ja, ihr wisst Bescheid darüber. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, was ich so... geerntet habe. Ob ich Ruhm kriege oder ob ich jetzt der King of Bottich bin da. Also, bis dann.